Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer bei DrClaudasTV. Mal ehrlich, wenn unsere kleinen Schnurrer krank sind oder Probleme haben, dann leiden wir als Besitzer richtig mit. Wir müssen uns das aber nicht einfach so mit ansehen, nein, wir können Ihnen auch helfen und zwar mit der richtigen Nahrung. Ihre Katze frisst nicht mehr und leidet an Übergewicht. DrClaudas Intestinal Diät Trockenfutter ist super leicht verdaulich und trägt durch den niedrigen Fettgehalt zu einer richtig guten Verdauung bei. Es kann Ihrer Katze helfen, wieder Appetit zu bekommen, damit sie wieder richtig schlemmen kann. Und wenn es der Katze gut geht, dann geht es ja dem Besitzer auch gut. Auch perfekt nach der Operation, um den Magen wieder an Futter zu gewöhnen. Die DrClaudas Intestinal Diät ist sowohl als Trockennahrung als auch als Feuchtnahrung erhältlich. Beide Sorten sind auf jeden Fall super lecker und das kann man wirklich nicht von jeder Diät behaupten. Wichtig ist aber, dass Sie auf jeden Fall mit einem Tierarzt sprechen, denn nur er kann eine Diagnose stellen und auch die Art und Dauer der Anwendung festlegen.